Pilgermark Rettich, ja. Ah, steht der auch so, oder? Ich serviere ihn nur. Ich serviere ihn nur. Bitte nicht wieder diese dummen Offerings. Das ist doch scheiße. Ich glaube, keiner von uns hat die getauscht oder daran gedacht, die zu tauschen. Ja, irgendwie, nein, habe ich nicht. Sag das doch, dann sage ich, okay, mache ich. Aber tust du es nicht. Sag es nur. So, what? Kannst du dir mit allem noch kein Glas leisten? Das, dann, aber, dann müsste ich ja in den Flur gehen. Ist doch gruselig der Flur? Nein, aber dann müsste ich ja vor meinem Stuhl aufstehen. Ach, sie ist einfach nur faul. Okay, das war es sowieso. Also, das wirst du aber auch eigentlich so langsam schon wissen. Dass du faul bist? Mhm, ja. Woher sollte ich das wissen? Weil ich... Weiß ich nicht. Weil du mal alles machen lässt, statt es selbst zu... Jetzt ehrlich? Tschüss! Jetzt suche ich mir einen eigenen Generator. Knieluft springt. Weniger Fallen auf deinem, oder...? Fühl dich mir das ein. Ich sag doch alle doof. Wir können doch nichts dafür, dass keine Fallen da sind. Mal wieder schliegen wir da. Ja, es sind weniger geworden. Also, früher waren da einfach mehr auf deinem... ... ... ... ... ... Ich weiß nicht, ich kriege schon wieder einen Lachflash. Nein. Klingt das so? Hä? Der Ansatz war gerade da. Hm. Normalerweise geht es ja mit einem wilden Quieken und Kreischen los. Mhm. Habe ich gekriegt, weil das nur mein Hals, der so ist, weil ich ja stoppen und so... ... auch eine Stimme, ihr wisst es mal. ... Dem... ... Genau. Fühlschig. Versaut. Ah, oder die Gerdinke... es war das guter er hat ein tag ist nicht alt genug so was meine mutter hört das darauf drunter er ist er anrufen immer noch jahre ein treuer fällen das wird dürfte damit dann der letzte sein den wir haben die haben fans und die hatten fans die 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 warte da manche tut sich einfach die musik so überlagern so scheiße weiß ich nicht weil du dann nicht die ganze sicher bist hast du da jetzt einen oder hörst du die helf hast ein paar würde ich sagen das ist jetzt ungewöhnlich sie schreit und ein anderer wird verletzt das ist nicht ungewöhnlich das passiert am laufenden band sie schreit sobald sie irgendeinen killer sieht das ist mir vorhin auch passiert ne easy entschuldigung ich bin nicht so häufig mit euch zusammen am spielen da stehst du in der ecke und schreit und das ist dichtbarer ach läufst du weg schön äh ich hatte drei großartige skillchecks hintereinander was mein button hat verkackt es tut mir leid es war halt einfach nur ich sehe sie sie sieht mich ich renne weg sie schlägt dich ist die gleiche ausrede die ich auch immer benutze ich aber damit habe ich halt echt ich habe halt noch nicht mal ihr rotes licht gesehen wahrscheinlich kommt gleich meine mutter hoch so von wegen ich verstehe dass man die fuß spielen ganz ehrlich noch nicht richtig man sieht nicht in welchen richtungen die leute laufen und sie irritieren meistens eher als dass sie helfen woran erkennt man die denn weil ich sehe immer bloß die wassertropfen was für wassertropfen ja wenn jemand irgendwie hier ähm was geräusche macht dann ist ja wie so ein wassertropf weißt du sind einfach rote streifen am boden eigentlich sehe ich aber nicht ich sehe sie auch nie diese blutflecken sehe ich dann nur früßspuren oder wassertropfen noch nie ähm sieht man die in der distanz oder sieht man die bloß wenn jemand die blutspuren? ja die hast du nur ein paar meter vor dir ach so die verschwinden auch sehr schnell wieder ach so die sind nicht immer da manchmal sind sie weg also wer wen hatte ich jetzt da oben gehabt? easy und? und ne? und den rest ihr sagt übrigens sie hatmals in den generatoren Knopf feine gestellt ab müsste aufpassen woke ich bin nicht genau da Oh, wo die? Bannumdrehung zu viel. Was ist das meine? Geht doch. Weißt du, ich lass dich nicht so ganz alleine hier. Du bleibst bei ihm bis zum mittleren Ende. Ja, so sehr. Hm? Nee, bei mir häng ich unter dem Hagen. Nee, bei mir hängst du dran. Aber deine Krawatte ist in deiner, in deiner Brust. Neu Mode. Das ist normal so. Das ist so, wenn man einen Haken durch die Schulter hat, dann hängt doch eine Krawatte mal in der Brust drin. Mach doch. Ja. Ach, macht ihr immer noch da oben? Ja. Okay. Müssen wir das Ding nochmal fertig kriegen. Oh. Wow. Mhm. 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 Wie gesagt, ich riech dich doch. Du bist voll Arsch, ich weiß ja das. Ich weiß. Wie? Bist du mir nicht hinterher gerannt oder hast du mich nicht gesehen? Ich bin dir nicht hinterher gerannt einfach. Oh. Ich muss doch meinen eines Dings... Okay, jetzt. Jetzt kann ich dir hinterher. Das hat mich zutiefst verletzt, muss ich jetzt sagen. Hast du jetzt Pipi in die Augen? Ja. Dann hat auch Sinn. Mal ganz kurz was nachgucken. Oh, da war jemand in einem Schrank. Mhm. Das habe ich doch gehört. Oder ist in einen Schrank reingegangen? Oh. Oh. What the fuck? Oh. 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 Hey du lagst mega nah? Oh. Oh. Oh god sie hat mega lag. Okay, das nutze ich aus. Ich bin da so ein Arsch. Das nutze ich aus, aber aus. Ja, du bist gerade vor mir wirklich wieder in... Bist du vor mir weghüpft, weißt du? Das ist sehr, sehr strange, aber... Das kann sein, dass sie auch gleich komplett weg ist. Das hatte ich nämlich auch schon. Ich hänge sie mal auf, mal gucken, ob sie da immer noch disconnected ist. Oder gilt die nach als Sacrifice. Ich meine, sie haben einen Haken. Ich weiß es nicht. Probier uns mal aus. Easy? Ich bin schon gedisconnected. Achso, bei mir. Bist du noch da? Ich hab dich mal aufgehangen. Mal gucken, was das geht. Okay, mal schauen, was passiert. Wir testen das mal, ne? Irgendwo müssen ja meine Internetwachs zu gut sein. Man kann auch zwischen den Reihen gehen, ne? Das wisst ihr. Ja, man kann auch zwischen den Reihen gehen. Man kann auch zlauchlaxen. Das Wilger macht was. Schön. Ich bin stolz auf ihn. Ich weiß. Bist du immer. Ja. Auch wenn ich dich mit Pupu bewerfe, na. Nee, das machst du ja. Nee, du machst Cränkeleiter, ne? Ja, nachdem du Pupu geworfen hast und so, mache ich's Cränkeleiter. Also gar nicht. Also wohl. Oh, jetzt hast du die Connect, okay. Ist aber noch da. Hängt noch am Haken. Ja, ich geh mal gucken. Wartet, wartet. Warte, warte. Wo ist denn die Hitsch? Das Spawn-DS, wenn wirklich noch der Letzte da ist. Ja, fuck. Darf nur noch einer da sein, ja. Hä, sind aber noch zwei da. Ja, bist kaputt. Achso. Ja, dann geh ich. Ah, versteh ich jetzt nicht. Warte, ich geh mal gucken, ob Easy noch hängt. Wartet, wartet noch nicht rausgehen. Ich guck mal, ob Easy noch hängt. Oder ob der Haken weg ist. Warte, ich dich dann aufgehängt. Also ich kann nicht zu Easy schalten. Warte, ich dich dann aufgehängt, weil... Äh, beim Haus in der Nähe, oder nicht? Ja, aber ich guck mal, wo bin ich da rausgegangen. Ähm. Also der Haken muss weg, wo ich sie, glaube ich, dran gehängt hab. Ja, dann geh raus. Okay, dann ist sie. Ja, ist sie wohl raus. Hm. Okay. Ah, ich hab euch aber gut angeditscht. Hallo. Na. Hallo. Ich muss dazu sagen, wir waren aber plötzlich dann wirklich alle im Haus, oder? Alle vier, ja. Ja. Ich hab mich oben nur verzogen, dass ich die Treppe sehen konnte, um zu sehen, wo Marine... ...hin rennt. Bevor ich dann nach unten stürme. Ich hab die ganze Zeit vor dem Fenster draußen gehockt und gewartet, dass sie in die da sind. Ja, es will doch einfach mal 20k, ne, hier. Ich hab nur 13.000 hier stehen. Also bei mir steht 20.000. Bei mir steht auch 13.000. Also die komischen Ansichten. Hab ich noch Bonuspunkte gekriegt, die ich gar nicht sehe. Die du trotzdem nicht kriegst. Die ich trotzdem nicht kriege. Ich töte jetzt meine Freunde und klatsch sie alle um. Kom mainland! Allianz. Vielen Dank.